Hi, hier ist deine PTA in Love Week am 28. Juli. Hinter uns liegen turbulente Tage. Das DAV-Portal wurde abgeschaltet, weil zwei IT-Experten in nur 48 Stunden eine Sicherheitslücke aufgedeckt hatten. Am Freitag teilte der DAV mit, dass Apotheken in dieser Woche wieder schrittweise angebunden werden sollen. Zwar berichteten einzelne Medien bereits am Montag, dass Apotheken wieder Zertifikate ausstellen können, doch das war nur Theorie. Gestern und heute trudeln wieder die Impfstoffbestellungen ein. Auch in der Woche vom 9. bis 13. August stehen den Privat- und VertragsärztInnen drei Corona-Impfstoffe zur Verfügung. Spike Wax von Moderna ist nicht dabei, soll aber im September in die Praxen kommen. BetriebsärztInnen können in KW32 nicht wählen und nur Cominati bestellen. Seit wenigen Tagen ist nun mit Spike Wax der zweite Corona-Impfstoff auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren zugelassen. Auch in Apotheken wird in Modellprojekten geimpft. Weil Impfen ein Streitthema zwischen Praxen und Apotheken ist, hat die ABDA-Präsidentin eine klare Botschaft. Apotheken nehmen den Praxen nicht die PatientInnen weg, die sich bislang in den Arztpraxen haben impfen lassen, sondern erobern ein zusätzliches, neues Patientenklientel. Aktuelles Streitthema ist auch die Impfpflicht. Zwar wünschen sich Arbeitgebende eine Impfung des Teams, aber Angestellte müssen dem nicht nachkommen. Auch die Mitteilung über den Impfstatus ist nicht verpflichtend. Nehmen Arbeitgebende die Arbeitsleistung ungeimpfter Angestellter nicht an, muss der Lohn sogar fortgezahlt werden. Am 1. August startet der neue Ringversuch. Herzustellen ist eine pädiatrische Lösung mit Metoprolonkatrat. Hergestellt wird im Becherglas. PTA sollten das Rückwiegen, den Einwerbekorrekturfaktor und die richtige Reihenfolge beachten. Nach der Arbeit ist Erholung angesagt. Und nach der Urlaubsplanung ist vor der Urlaubsplanung. Dabei ist einiges zu beachten. Wer wann dran ist, entscheiden soziale Faktoren. Trittst du deinen Urlaub ohne Genehmigung an oder verlängerst eigenmächtig, riskierst du eine fristlose Kündigung. Jetzt ist wieder Quizzen angesagt. Dieses Mal dreht sich alles um Kaffeefakten. Wir belohnen dein Wissen mit der Gewinnchance auf 1 von 10 Shelly Bay Ladies Schwimmclub Taschenbüchern. Wir drücken die Daumen und sagen Tschüss, bis nächste Woche.